Game Keys Game Cards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen Fertig, so Hier haben wir eine schöne Melone gewachsen Zack Wunderbar, so Das war es auch schon wieder Momentan ist nicht mehr fertig als das, was jetzt hier zu sehen ist Gut Na doch, hier ist eins gerade gewachsen Wunderbar So, auf dem Heimweg Ein bisschen kochen noch Und dann gucken wir mal weiter, was wir noch machen müssen Hoffentlich steigt das Wasser hier nicht an wie in Bayern Das wäre irgendwie uncool So, 39 Brote haben wir 17 Millionen, 7 Steaks 24 gebratenes Schweinefleisch Und Kartoffeln Und Samen Moment, die packen wir da oben rein Das sind so die Sachen, die wir pflanzen können Und so weiter So Halt Dann kommt das ja auch da oben rein, weil es noch nicht bearbeitet ist So Hier war Glas Glas brauchen wir momentan, glaube ich, nicht Außer wir machen uns oben ein schönes Glasdach rein Also, hups Das wäre dann hier Sähe auch cool aus, glaube ich Aber ich weiß es noch nicht So, die Decke Die Decke, mein Problemkind Die Decke Die ist nämlich nicht fertig Hier sind nämlich Balken So Jetzt sind sie fertig Jetzt ist korrekt Gearbeitet So, ich hoffe ihr seht genug auch Und ich hoffe auch Dass YouTube das Video jetzt nicht verkorkst Es hat mich einer bei Skype angeschrieben Schauen wir doch mal nach Äh, was fragt er denn hier? Nix Hi Ich hasse Leute, die einfach nur Hi schreiben Also, die besten Leute Sind immer noch die Leute, die mir eine E-Mail schreiben Hi Ich habe eine dringende Frage an dich Schreib mir bitte zurück Warum schreibst du die dringende Frage Nenne ich direkt in die E-Mail rein Ah Mann, man, 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 man Muss man denn alles manchmal selber machen So, lasst mich überlegen Thema Haus Haus dauert noch was Weil Steine noch was dauern Rausgehen In den Regen Habe ich keinen Bock drauf Ist halt nass Feucht Und öh Wir haben unser Dachfenster Ja, immer noch Sehe ich gerade Wir haben ja ein kleines Oberlicht Ist das nicht schön? Ist das Wetter da draußen nicht schön? Ich könnte kotzen Mann Mann, 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 Mann So Ähm Gut Das Steinschen hier Das dauert ja noch ein bisschen Auf So Zack Eins, zwei, drei, vier So Und eine neue Produktionsstätte ist entstanden Jetzt können wir doppelt so viel produzieren Hui Eins, zwei, drei, vier Ähm Dann brauche ich aber noch Kohle Kohle war da Entschuldigung Wenn es laut gewesen sein sollte Wunderbar Cool aussehen tut es auf jeden Fall Und schön warm ist es hier vor Wenn man sich dann hier hinsetzt So Ha Wäre nur leckere, wenn Essen drin wäre Die ganze Zeit Ist ja lustig Da sieht es aus, als ob es nicht regnet Wenn wir näher rangehen Fängt es erst an zu regnen Selbe Prinzip hier Regen Kein Regen Jetzt regnet es nirgendwo mehr Wir hören ihn aber Er ist immer noch da draußen So Haben wir schon mal 53 Steinchen Noch mehr Steine Außerdem habe ich ja gerade neues Futter gegeben Der wird jetzt nicht so schnell nochmal schreien hier Ich habe Steine fertig So Und so Zack So Habe ich denn noch ein paar Normale Cobblestones übrig Ja vier Stück Naja Ist nicht so der Hammer Ne Doch da Da sind sie Wollte gerade sagen So Mit den Steinen kommen wir auf jeden Fall Schon mal ein bisschen länger aus Dann Begeben wir uns hier in die Höhle In den Gang Und machen den Gang mal flott fertig hier So Wie habe ich es hier gemacht? Vier freigelassen Ist das korrekt? Eins Zwei Drei Eins Zwei Drei Eins Zwei Drei Vier Warum vier hier? Gut Dann ist das falsch Zack Komm mal her da raus Kommst du nicht raus? Kommst du nicht raus? Oder willst du nicht raus? Erzähl Komm her Komm her So Ich brauche einen Erdblock Ich brauche Erde Um das Steinchen da raus zu locken So So Fackel Immer drei Eins Zwei Drei Fackel 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 Fackel Eins Zwei Drei Fackel Eins Zwei Drei So, 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 nein, so, so. So, so, ich finde, das sieht klasse aus, oder? Was meint ihr? Hey! Vielleicht da noch Glas vorsetzen und noch eins weiter nach hinten? Was meint ihr? Ich gebe es klar, wir machen erst den Tunnel fertig hier. Bevor ich irgendwas anderes wieder anfange, dann kommt wieder was dazwischen und dann habe ich nämlich wieder irgendwas verpasst. Zack, 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 zack. Uh, und? Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hier habe ich gar keine Lampen gemacht, oder was? Eigentlich reichen die auf einer Seite, oder? Eindeutig. Schade, ich dachte, wir wären fertig damit. Naja, beim nächsten Mal. Nächster Versuch. So, wieder runterlaufen, einmal direkt ins Schlafzimmer. Es ist Nacht, vielleicht hört dann der Pissregen auf. Vielleicht, ich hoffe es. Ist ein Witz. Es regnet gerade schon seit zwei Tagen durchgehend. Nein, es hört auf. Das ist aber schön. Wäre auf jeden Fall schöner, wenn es, äh, wenn die Öfen dann auch nachts weiterproduzieren. Knöpfe brauche ich gerade nicht. So, eine Etage wieder nach oben. Oh, ist das schön angenehm. Endlich dieser Scheiß-Regen weg. Der hat mich aufgeregt fast. Das ist schlimm, wenn es den ganzen Tag regnet, äh, hier in Minecraft. Das ist sowas wie sieben Tage Regenwetter. So, ähm, Moment. Ja, das ist jetzt doof. Der muss weg, der muss weg, der muss weg. Oh, Hi Skelett. Wie geht's dir, Kumpel, äh? Doof, ne, wenn man verliert. Bastard. Fühlt sich scheiße an, ne? So. So. Gut, die ganze Mauer hier muss noch ersetzt werden. Und dann muss das hier noch weg. Ja, das sieht doch schon mal ganz edel aus. So, jetzt habe ich auch genug Material für, ähm, vorne den Steg zu machen. Es hat aufgehört zu regnen, das heißt, ich gehe auch wieder raus arbeiten. Im Regen tue ich das nicht so gerne. Aber wenn es so hell ist wie jetzt, können wir das gerne machen. So, das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit. Die Truhen nehme ich mal mit. Den Zaun nehme ich mal mit. So. Äh, zack, 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 zack. Zack, zack, so. Ah, Moment. Vom Schnitzel könnte ich eins essen. Ah, eins lege ich ins Wasser so lange. Das ist eine super Einstellung von mir. Ekelhaft, hä. So, der Weg wird dann hier weitergehen. Hier wird das tiefe Loch dann irgendwann nicht mehr mal sein. So gesehen, dass hier der Weg weiter draufläuft, ne? Also, wir machen den jetzt einfach mal. so, dass hier noch eine Stufe ist halt, nach unten. So, wir sehen hier, Stufe. Huch. So, so soll das dann aussehen, so in der Art. Zumindest habe ich mir das so vorgestellt. Kommt jetzt gleich der Weg rein, dann machen wir noch eine Stufe und fertig. Ich habe da hier irgendwo eine Werkbank gehabt, oder? Hatte ich die nicht daneben platziert? Dann könnte ich mir ganz kurz... Bingo, wunderbar. Bingo, wunderbar. So, mache ich mir mal ganz kurz ein paar Stufen daraus. So. Und dann baue ich das schon mal so, wie ich es meine. Und dann könnt ihr immer noch sagen, ne, sieht scheiße aus. Oder, wow, Herbert, geil gemacht. Ist dann eure Überlegung, wie ihr es haben möchtet. Beziehungsweise, ob ihr es schön findet oder nicht. So. So, jetzt können wir auch hier überall gemütlich langlaufen. Ich glaube, das war auch die einzige Stelle, wo noch eine Treppe fehlte. Hier führt ja die Holztreppe rein und dann ins Haus. Genau, wunderbar. So. Zack, 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 zack. So, und der andere Weg auch noch. So, fertig. Wunderbar. Okay, das sieht jetzt doof aus hier. Weil das so hoch ist. Wird dann halt nur abgetragen und so weiter. Das Haus hier ist ja auch noch nicht fertig. So, und dann wird hier auch noch so ein Schnitt reingesetzt. So, in der Art, dass das so ein bisschen natürlicher aussieht. So. Mache ich hier noch so einen Querschnitt rein. So, das sieht doch schon mal gut aus. Das war klar. Irgendwann gibt auch die beste Schaufel ihren Geist auf. Das ist einfach so. So, dann gucken wir mal. Ich hatte vor, den Steg anders zu bauen. So, gehen wir mal ganz kurz tauchen hier. Zack, zack, zack. Wir haben ja den Helm. So. Das sieht doch schon mal nett aus, oder? Und dann vielleicht. Sieht schon mal nicht schlecht aus, sag ich mal so. Möglichkeit 1 wäre, einen Slaps draufzulegen. Naja, das sieht schon verboten aus. Dann bleibt Möglichkeit Nummer 2. Ich weiß nicht, ob die gut aussieht. Das ist nur jetzt gerade momentan so in meinem Kopf drin. So, 10 Stück machen wir mal davon. Die können wir ja immer mal gebrauchen, die Dinger. Und legen die so gesehen oben drauf. Ich finde es cool. Vor allen Dingen, weil sie nicht klick-klick machen, wisst ihr? Mir gefällt es sehr gut. Lol. Schneebälle unter Wasser, genau. Ja, dafür schneit es hier. Das ist auch sehr amüsant irgendwie. Naja, was soll's. So, dann haben wir hier so ein kleines Vordach drüber. Na, okay. Der ist natürlich wieder doof gesetzt. Früher ging das mal mit Spitzhacken alles weg, ne? Kann das sein? War das nicht so? Dass die Slaps mit Spitzhacken weggemacht werden mussten? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist zu lange her. Boah, mein Magen, der knurrt. Ich hab schon länger, äh, seit heute gar nichts gegessen. Außer gefrühstückt mit meiner Freundin zusammen. Und da macht der Magen sich jetzt aber ordentlich bemerkbar. So, Leute. Das heißt für mich so viel wie Hey, Herbert, ich geh essen. Und wir sehen uns in den nächsten Parts wieder. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi, Kowski.